Stiti Bada Yoganandasana ist die Stellung mit aufgestelltem, gebundenem Yogananda. Stiti heißt fest, aber auch aufgestellt. Du stellst praktisch einen Fuß auf einen Arm und du faltest dabei die Hände, indem du einen Arm hinter den Rücken gibst und die Finger verschränkst. Stiti Bada Yoganandasana, die Stellung genannt nach Yogananda.